Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Super Mario Galaxy 2! Ey, du vermasselst mir hier wirklich nicht alles, oder? Nein! Nein! Du vermasselst mir alles! Du blöder Kettenhund! Und komm da am Ende mal ganz chillig so ein Kettenhund vorbei! Äh, was? Der hat mich erwischt? Nein! Oh Gott! Ich fail die ganze Zeit nicht, aber natürlich hier im Let's Play. Das darf nicht wahr sein. Gut. Ähm, noch ein neues hier noch. Oben! Ach Gott! Jetzt hab ich sogar noch ganz gefehlt, also... Wow! Ich wär fast geradeaus weitergegangen. Äh! Und ja... Äh, was machst du jetzt? Ey, ich bin gerade unter dich... ...hergelaufen, unter dir her! Was geht denn jetzt, bitteschön? Ey, ich hab noch nie bei dem gefailt! Noch kein einziges Mal! Wieso dreht der sich? Was? Seit wann dreht der sich, wenn man unter den... ...her geht? Nein! 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 Er lebt! Er lebt! Komm 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 komm! Ah Gott! Ey! Ah! Kacke! Mist ey! Ich will das jetzt noch schaffen, also ich habe jetzt daraus gelernt... das war aber gerade der gegen den tod kämpft hatten gebetet kacke ein noch mein gott was was das war doch der eine noch und dann können wir einfach suchen und in den laser rennen macht mir nichts es sei denn ich werde von einem tor getroffen der mich weil eben platt macht man schicke mario jetzt die neue marmelade überlegen sind kriegt ja ja eben hast du gesehen luigi der geben gefehlt das war für eben was wir sind tot na gut ich habe mich bild angestellt um ehrlich zu sein gut das ganze noch mal was soll es wir kürzen diesmal etwas ab die sternteile mit ach komm doch was war das ich konnte nicht an die münze ich trete gleich durch leute ich bin ein hobie lose tot ich habe einen brief mario lalala ich gehe den ganzen tag im kreis ich habe mitgezählt ich bin hier schon irgendwie 7321 hund gelaufen und jetzt komm endlich zu mir du spaß und jetzt mache ich mal einen auf speedrun leute also wenn ihr jetzt wissen wollt wie man das hier am schnellsten macht ja mein first try scheiße ja